Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Daisy ja ich mich in der letzten Folge total über Bohemia Interactive und das Spiel aufgeht dafür will ich mich erst mal entschuldigen ich war total geraged und raged, war schon in der Akrage und war echt total sauer denke ich auch verständlich weil wir waren endlich mal richtig gut und alles aber es ist wie hier auch schon steht ja ein Access Alpha und es steht auch This Me Too Experience Bugs und er hat auch vor dem Spiel gewarnt also will ich bitte er wusste das auch aber wie gesagt ich war da ja einfach dabei ich war nicht wir haben ja nicht mehr so daran gedacht sollte nicht passieren ist ein gravierender Fehler aber deswegen werden wir jetzt hoffen dass wir unseren Charakter reset können oder wir zumindest keine gebrochene Server mehr gebrochene Beine mehr haben und ich werde jetzt auch mal eine Folge wahrscheinlich auch nehmen denn es packt mich und ich will weiterspielen ja das heißt wir werden nämlich dann 40er Ping da aber Maximum Platz Maximum Number of Places ich bin ich bin gut im Ping ich kann auch hier so machen so gut und dann hoffen wir dass unsere dass es immer noch geht mit den Relogen und ja es geht immer noch also wenn ihr ich wollte gerade in die Webcam gucken ich habe gerade jetzt wieder aufgenommen also wenn ihr jemals gebrochene Beine habt wisst ihr was ihr zu tun habt Thirsty sind wahr alles klar wir sind gespannt was wir in diesem Leben alles tun können ob wir es schaffen zu überleben wieder Waffen zu finden und alles so da ist natürlich ganz klar Süden und wir werden Hallo fuck wir müssen vor dem äh nein du wirst nicht vor uns looten du wirst nicht vor uns looten fuck ist der schnell ich werde ihn nicht erlegen er kann uns nicht zur Gefahr werden und werden wir haben eh keinen Ausrüst ich werde nur bereit sein zu kämpfen wenn er kämpft er soll nun nichts vor uns looten ich denke mal hier ist schon alles ausgelootet wenn er wird den direkten Weg schätzen kann dürfen so ich bin aber so das ist ausfallen holen und regiert die in den mitschern who is running up street yeah hi hehehe 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 he got just a climp he got just a climp he got just a climp if you still hear me please turn around a second perfect running is not an option hehehe hehehe lustig lustig geloich so, da haben wir ihn hier schon mal vertrieben super da haben wir ihn schon mal vertrieben so schnell geht das und nicht nervt, dass es da die ganze Zeit da halt Communication entsteht nicht, dass es jetzt klappt und hier uns die ganze Zeit herunterfällt hmm ich glaube, hier ist jemand gestorben ich weiß nicht, wie ich darauf komme, aber keine Ahnung einfach so ein bisschen ja in, in, in Instinkt, nein, wie hieß es nicht Instinkt Intuition, ja Intuition ey, ohne Aufnahme kenne ich die Wörter alle mit Aufnahme vergesse ich alles ne, 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 nea ne, nea viel zu hohe Maussensitie weil die Maussbeschleunigung wer kommt auf die Idee in einem Teilshooter Maussbeschleunigung was zu trinken Maussbeschleunigung reinzumachen Das ist dumm weil die Kamel nicht mehr ausmachen Drinkwater 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 von The Part so, da links, zwei glaube ich elektro dead animation da trinkt ihr auch so ja trinkt doch mein lieber da ist ein Wasserhahn so ok das darf jetzt reichen kommt wir sind dies war dieses Leben mal versuchelt hält zu sein das heißt wir beschützen Leitung auf unsere eigenen Kosten ich habe übrigens keine Garantie dass ich mache weil wir zu gut aufgerüstet sein kann ich auch sein kann es sein dass dass wir dann zu einem ja er ist mutieren der dafür sorgen weil das er überlebt nicht die anderen aber kommt es so ist die leute zu helfen wobei naja nächste Folge ist wahrscheinlich zu bald und gut dabei war nicht mal der Aussichtstag das Aussichtstag kommen wir doch mal ist die Frage ach wir gucken machen so dass es so wie es immer noch dahin denn und er kennt ziemlich gezielt zu gefällt mir nicht ich wollte schon wieder lieber gucken dann wirklich gezielt zu uns woher weiß er dass wir da sind er hat er kommt mit der Akatser Kommunikation aus ich glaube kennt es hat geklemmt wie das sei lauf noch gemütlich werden das ins Leben so ein biler Samy da war er was der sich ums Netz von Busch Schnellig wäre mir gleich angefallen Der läuft ja komisch mit dem Rücken nach hinten Das habe ich ja auch noch nicht gesehen Auch weil er schräg läuft Ach viel, der kann man mit Der hat so arg schnell Durst Du bist nur ein scheiß Berg hoch gelaufen Nicht mal gerannt Oder gesprintet Du bist nur ganz gemächlich abgelaufen Ach ja Ich finde es, wie es auf der höchsten Stufe aussieht bestimmt schön Die wunderschönen Berglandschaften von Tschernow Tschernowusland Tschernowusland, ja Da könnten wir eine Axt finden Und, ja Da muss man jetzt echt rüberjongeln Könnte es sein, dass wir gar nichts zu finden So Hier Nichts Viel Verstecken spielen Ja So far nothing Nothing so far Nicht so far nothing Ja, ja Dann unten gucken, ob wir eine Axt finden oder so, die sind doch häufig тысячE Das ist air Nichts, 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 nichts So so ich weiß auch nicht wie lange ich morgen denn mit um Marco habe ich schon mit dem Bild der Welt gesagt lange ich mit der Wann zu aufnehmen jetzt ist die Kölner war leider von Metzen höhere Schossen zu finden da aber dafür kann es ja sein dass wir Prozent genau ich weiß nicht wie lange ich damit spiele Bonto aber also keine ach komm das war nicht elf Sekunden mein lieber das war niemals im Leben elf Sekunden weil er sei dass wenn er sich und hält als ich sucht haben und das führt wieder dahin zurück ich glaube ich ist nicht ganz okay denn er hat irgendwie eine komische Frisur er er den so wenn er sie und durch fetschen Nichts. Lustig finde ich hier was wäre. F. Ach, wir können auch einfach überspringen. Nichts, dann nochmal da unten hin, bitte. Jump. So. Ja, dann geht wir gleich rauf und da werde ich noch, glaube ich, die Folge beendet. Jetzt nichts, 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 nichts. Ja. Ja. Gut, dann, ja. Da oben werden wir bestimmt nichts finden. Wahrscheinlich dann am Ende, äh. Oh, fuck. Renn! Nein! Nein, nicht jetzt. Warum denn jetzt? Haha, du bist nicht zangepackt. Mensch. So, so. Wir reden jetzt einmal um den Zaun, um dann hochzuklettern. Der Plan. Er ist dann da, ist dann noch hinter uns, ist dann hinter uns. Perfekt. Bis man nur guckt, dass er nicht durch den Zaun backt. Hoch. Hoch. Er backt durch den Zaun, natürlich. Aber wir sind sicher hier oben erstmal. Oh, eins, zwei, drei. Drei Zombies schon mal. Ich will gerne weiter hoch. Weiter hoch. Weiter hoch. Das ist echt schwachsinnig gemacht. Egal. Ja, ich will hier gar nicht... Iiiiihihi. Zum Glück, ich will mich runter. Ich will hier nicht zum Zombie-Frasse werden, deswegen... werde ich jetzt, denke ich, mal die Folge beenden. Zweifel Minuten. Nein, es muss kürzer noch. Ich bin ja nochmal gucken, ob ich wirklich gar nicht... Uuuuuh. Überempfindliche Ausbefänger. So, okay, was sehen wir denn da? Hinten, ach, die da ist, Cerno. Das ist Cerno, glaube ich. So viel Industrie ist eindeutig Cerno. Ja, und da ist nicht wirklich zumindest nicht in Sicht. Warte mal, dann ist da Cerno und die Straße weiter, muss dann auch Elektro, Balota und alles kommen. Hä, das kann gar nicht sagen. Warte mal, da ist Süden. Norden. Sonn... Naja, wo es gehen würden. Warte mal. Naja, das ist mein jetzt nicht. Na, klar, dann ist da Westen, aber im Westen ist Cerno und dann Elektro. Ach, stimmt, da ist richtig, ja. Oh, viertes Zombie. Hey! Willkommen zu meiner Zombie-Party. Hat jemand ne Torte mitgebracht? Ne? Geht sich ein Arschlöcher. Ups. Und Arschlöcherin, tut mir leid. Ich wollte jetzt keine... Oh Gott, wie hieß das? Wie hieß das? Mir fällt es für Schwedenchen. Hatten wir eben ja schon gesagt, dass die Worte mir im Display nicht einfällt. Äh, kein Sexismus. Me, im Notfall könnt ihr den Mann da rausmorden. Ihr seid drei Frauen gegen einen Mann, ne? Drei Frauen und ein Mord, sag ich nur, ne? Na, okay. Wahrscheinlich hab ich nicht einen Summon getroffen. Naja, dann bedanke ich mich eigentlich mal fürs Zuschauen. Eigentlich bedanke ich mich fürs Zuschauen. Na, also, eigentlich mach ich das schon, aber nicht, sag ich. Einfach nur Schwachsinn. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und danke euch fürs Konto meiner Kleinen Summon-Party. Was, ihr geht schon? Ey, das meint ich. Jetzt mach ich wirklich Treffraum in einem Mord. Na, okay, danke euch fürs Zuschauen. Hoffe ich mich mal dazu und sage, tschüss, bis zum nächsten Mal. Oh ja, tschüss, tschüss. Bis zum nächsten Mal.